Hallo, heute möchte ich euch ein bisschen berichten über unsere Pyramide. Wenn Sie eine circa 2,50 Meter große Pyramide haben und Sie stellen sich in die Pyramide rein, dann öffnet sich Ihr Kronischakra und alle belastenden Energie oder viele belastende Energie, die in Ihrem Körper sind, wird vom Kronischakra, vom geöffneten Kronischakra rausgezogen. Deswegen nenne ich so gerne unsere Pyramide unser Staubsauger, weil Sie einfach den ganzen energetischen Dreck aus Ihrem Körper rausziehen. Wenn Sie eine kleine oder größere Pyramide im Garten oder im Haus sind, ist es also auch sehr, sehr reinigend. Was noch zu empfehlen ist, wenn Sie Sachen eingekauft haben, Lebensmittel, Kleider, Schmuck, egal was, hat ja jeder Gegenstand verschiedene Energie mitgenommen von draußen. Und wenn Sie dann, bevor das ins Haus reinkommt, erst einmal unter die Pyramide legen, dann haben Sie freie Energie. Also dann geht es nur um die Sache und nicht nur, was der Verkäufer zum Beispiel auch noch reingelegt hat. Dann, wenn Sie irgendwie mit einem Organ Belastung haben, können Sie die kleinere Pyramide einfach auf dieses Organ legen, fünf bis zehn Minuten wir gelassen und dann zieht es sehr viel belastende Energie raus. Ich habe auch einige Kunden, die die kleinere Pyramide benutzen, um alte Energie aus dem Bettwäsche, Matratze rauszuziehen. Im Traum gibt man viele Energie ab, verarbeitet man vieles. Das hängt dann in der Bettwäsche drin und da einfach die kleinere Pyramide benutze, drauf stelle, einen Tag wir gelassen, dass wirklich die ganze Energie rausgezogen werden bei geöffnetem Fenster, wäre ganz toll. Natürlich gibt es noch viel mehr, über unsere Pyramide zu berichten. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich an unserem Forum beteiligen, was für Erfahrungswerte Sie bei der Pyramide gemacht haben. Es ist ein sehr, sehr wertvolles Produkt, wo uns alle hilft, die Energie im Haushalt, im Grundstück, in unserem Körper zu stabilisieren, unsere energetische Belastung zu verarbeiten und uns stabil zu machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.